1. Ausstrahlung verbessern Wie kannst Du Deine Ausstrahlung verbessern? Was kannst Du machen, um irgendwo besser anzukommen, besser zu wirken? Diese Frage stellen sich viele Menschen und es gibt Coaches und Bücher und so weiter. Und es ist durchaus gut, von verschiedener Warte sich Inspiration zu holen. Aber ich will ein paar grundsätzliche Dinge sagen, wie Du Deine Ausstrahlung verbessern kannst. 1. Habe eine freundliche Einstellung Wenn Du anderen Menschen gegenüber eine freundliche Einstellung hast, dann verbessert sich auch Deine Ausstrahlung. Wenn Du es kultivierst, dass Du sagst, ich wünsche dem anderen alles Gute, ich wünsche Dir alles Gute, mögest Du einen guten Tag haben, dann verbessert das gleich Deine Ausstrahlung. Also, wenn Du das nächste Mal jemanden siehst und ihn begrüßt, sage das von Herzen. Guten Tag, ich wünsche Dir einen schönen Tag. Hallo. Oder sag innerlich, ich wünsche Dir alles Gute. Also erster Tipp, Ausstrahlung verbessern, freundliche Einstellung. 2. Sei Dir bewusst, in dem anderen ist etwas Gutes. Der andere mag auch weniger Gutes haben, aber sei Dir bewusst, in dem anderen ist etwas Gutes. Du kannst auch sagen, ich richte mich an das Gute im anderen. Auch das verbessert Deine Ausstrahlung. 3. Habe Vertrauen, entwickle eine gewisse Gelassenheit. Dieser Ratschlag ist vielleicht etwas schwieriger, aber auch möglich umzusetzen. Hier ist natürlich eine spirituelle Einstellung. Leben ist eine Schule, Schicksal ist eine Chance. Wir können lernen von allem, was kommt. Wenn Du dieses Grundvertrauen hast, hast Du weniger Angst. Und kannst Du Dir vorstellen, dass jemand mit Ängsten eine gute Ausstrahlung hat? 4. Entwickle ein gewisses Vertrauen. Sei Dir bewusst, es wird schon gut gehen und selbst wenn es nicht gut geht, ist es nicht weiter tragisch. So verbesserst Du Deine Ausstrahlung, ein gewisses Lebensvertrauen, Schicksalsvertrauen, vielleicht sogar Gottesvertrauen und damit auch Selbstvertrauen. 4. Halte Deinen Energielevel hoch. Wenn Du viel Energie hast, dann hast Du auch eine gute Ausstrahlung. Wenn Du Deine Ausstrahlung verbessern willst, dann tu etwas, um Deinen Energielevel zu erhöhen. Und im Yoga haben wir natürlich dort jede Menge Techniken. Wenn Du jeden Tag meditierst, jeden Tag Yoga-Übungen machst wie Asanas und Pranayama, verbesserst Du auch Deine Ausstrahlung. Wenn Du gerade merkst, dass Deine Ausstrahlung nicht so gut ist, dann erhöhe die Zeit für Asana und Pranayama, mach vielleicht mal ein Yoga-Wochenende mit oder besuche einen Yoga-Kurs oder geh jeden Tag ins Yoga-Center oder mach mal eine Yoga-Ferienwoche mit. Mache Energiepraktiken, die Deine Prana, Deine Lebensenergie erhöhen. Das verbessert auch Deine Ausstrahlung. 5. Habe eine gesunde Ernährung. Wenn Du Dich gesund ernährst, hast Du auch eine bessere Ausstrahlung. Menschen, die vegetarisch sich ernähren, wenig Zucker, wenig Fertigprodukte, wenig Sachen mit Farb, Aroma, Geschmack und so weiter, Konservierungsstoffe, natürlich, die haben einen reineren Teint, eine reinere Ausstrahlung, damit auch eine bessere Ausstrahlung. Also verbessere so Deine Ausstrahlung. Und wenn Du all das gemacht hast, dann gibt es noch ein paar weitere Tipps, wie Du die Ausstrahlung verbessern kannst. Halte Augenkontakt, lächle bewusst, sprich ausreichend laut, öffne den Mund, atme mit dem Bauch, wenn Du sprichst und so weiter. So gibt es eine Menge von weiteren Tipps. Aber die wichtigsten Tipps sind, habe eine freundliche, wohlwollende Einstellung zum Anderen. Sei Dir bewusst, im Anderen gibt es auch das Gute. Habe eine Grundausstrahlung des Vertrauens und der Gelassenheit. Halte Dein Energielevel hoch durch Energiepraktiken und habe eine gesunde Ernährung. Alles andere Techniken sind auch hilfreich und wirken, wenn Du diese Grunddinge beachtest. Ja, das waren einige Tipps von mir. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Wenn Dir dieser Vortrag gefallen hat, klicke jetzt schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch und teile vielleicht auch den Link zur Sendung in Deinem sozialen Netzwerk. Wenn Du weitere Tipps hast oder Fragen hast, dann schreib es doch in die Kommentare. Danke!